dann würde ich sagen machen wir hier weiter oder geld haben wir noch ein bisschen noch mal graben eigentlich war schon zweimal das war schon das zweite mal mein zu kann hier im übrigen auch graben muss man ja mal kicken so wir machen wenn uns doch was fehlt können wir immer noch durch die ganzen garagen noch mal durchgucken aber willst du kämpfen tucker hoffentlich seid ihr arm jawohl die gehört uns herzlichen glühstrumpf so nehmen wir gleich mal mit hier gleich mal alles einkassieren ich nehme mit ich nehme mit ich nehme mit lunchboxen können wir immer gebrauchen bezahlen die flex nehmen wir mit den helm nehmen wir mit ich glaube ich muss jedoch ein bisschen noch was zerstören du kommst mit du kommst mit das schild komm her das schild will ich das will ich nicht okay ich will das schild nicht die lunchboxen mit das kriegen wir hier reingezahlt ob soll ich kletter jetzt erstmal über die ganzen sachen drüber das hütchen nehmen wir auch mit ja ich glaube ich muss die kartons jetzt tatsächlich kaputt machen ob ich will oder nicht ich habe nämlich die befürchtung dass sie sonst irgendwo noch was drin ist was ich gerne haben möchte ja zum beispiel diese schöne wunderschöne gabelstapler wollte ich sagen ja doch gabelstapler hier das können wir mitnehmen die steine zerschlagen wir noch mal ein bisschen müssen ja gucken ob hier drunter noch irgendwo noch was liegt was wir gebrauchen können wo kräfte sinnlos walten richtig oder wie war das ok die die bilder können wir nicht mitnehmen diese garage ist leer würde ich jetzt mal von ausgehen wie sieht es eigentlich bei unseren materialien aus können wir hier noch was gebrauchen aber wir haben eigentlich unmengen von dem kram das ist ja wirklich ja 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 ein bisschen metall nehmen wir mit diese komischen dinge weg wer weiß wozu es gut ist ein hubwagen genau ich kam nicht auf die ich habe früher selber damit gearbeitet kam jetzt nicht auf den auf die war auf die wir auf den wort auf das wort was ist denn los heute heute ist ganz ganz schlimm so wir wollen unser hühnchen raus da ist kalt nochmal richtig rein gehen jawohl hühnchen test bestanden so wir haben jetzt noch die eine hier und dann ist schluss bin ich ja mal gespannt ob wir alle gegenstände gefunden haben das ist diese hier hinten ist nix mehr was wir auf keinen fall gefunden haben ist dieser blöde dieses blöde toilettenpapier als ich habe zumindest noch nichts gehört ok gehen wir hier an die letzte und los geht's mein land meine regeln am mors ich habe vor zu gewinnen nee ich gewinne und zwar haus hoch also ich habe gedacht ich würde hier wirklich sehr viel geld einsetzen aber tatsächlich tatsächlich nicht ne also wir haben das auto gewonnen ok das auto ist unser schon mal wir haben sämtliche wer hätte es gedacht garagenkriege gewonnen jetzt wird es hier lustig ach komm ich muss es zerstören ich komme nicht drum herum das geht einfach nicht anders wir müssen es zerstören da kommen wir nicht drum hoch guck mal hier ok ist nichts drin arbeiten machen wir traue dem ganzen so weit wie ich ein elefant werfen kann bisschen geld müssen wir auch noch mitnehmen da haben wir die lampe gefunden zack den schrank nehmen mit zack ich nehme auch mit ok da oben haben wir noch ich nehme mit deswegen sollte ich das behalten richtig ich nehme mit so da oben ist nichts mehr so ich glaube hier ist tatsächlich nichts mehr drin nichts genaues weiß man von daher kalt ok wir haben auch alles die gegenstände sind alle gefunden was ich noch nicht gefunden habe ist das toilettenpapier ich höre und sehe nichts warte mal wir haben doch diese kisten aufgehoben das klopapier muss nicht hier sein Und dann Gibt keins da schon Da schon mal da warst Ich war hier noch nicht Ich war hier noch nicht Oder weil ich hier schon mal Nein, aber das ist ja das erste Mal Dass ich zum Beta Event gegangen bin Ihr schreibt das alle Aber ich verstehe es nicht Also ich bin Blondie, glaube ich leider Okay, ich vertraue euch Ich vertraue euch Ich sage, ich gehe nach Hause Auto wird hinten dran gehangen Wir gehen nach Hause Ich werde nicht Zeit verschwenden Da noch lange zu suchen Wenn ihr sagt, dass es hier sein Keins geben kann Okay, wir haben kein goldenes Klopapier Und die Sammelobjekte Haben wir auch nicht Aber wieso nicht? Die Auktions Die Auktionslocation Ist immer die gleiche Aber warum zeigt er Mir jetzt hier an, dass das goldene Klopapier Fehlt? Ich bin nicht traurig Na gut Fahren wir nach Hause Wenn wir die Dinge sowieso nicht finden können Wir hatten einen Bieterkriegler Oder zwei Bieterkrieger Aber waren die hier an der Garage? Ich weiß es nicht Ja, jetzt ist zu spät, Guru Ist egal jetzt Dann müssen wir das ein andermal suchen Ich vertraue euch einfach Ich vertraue euch einfach So Wollen wir mal rein Den Kram hier Ich muss ja nicht nur trinken Kannst ja auch mal was tun, ne? So, dann gucken wir mal Kommt später Okay Wahrscheinlich wenn ich alle Bieter Events gemacht habe Vermute ich mal so, ne? Ja, ich vertraue euch jetzt Also, wozu habe ich euch, Chat Wenn ich das anzweifle, was ihr sagt Also Das ist ja, wäre ja Quatsch Also ich vertraue euch da jetzt voll und ganz Dann brauche ich euch nicht fragen Wenn ich denn eure Antwort nicht akzeptiere Also, wäre ja blödsinnig So, fertig Nimm mit den Kram So Nächster Auf dem Klo waren wir heute auch noch nicht, ne? Irgendwie Die haben mir den ganzen kaputten Kram hier Echt jetzt mal Ich brauche jemanden, der das repariert Perfekt Äh, die Schreibmaschine Äh, die Schreibmaschine So eine ähnliche habe ich auch mal besessen Tatsächlich Das war schon Ist schon lange, lange, lange her Aber Ja, habe ich auch schon besessen Ähm Wo ist die denn kaputt? Ich sehe es nicht Also, ich weiß nicht, wo ich Was? War die nicht kaputt? Ich weiß es nicht Ach, komm schon Mach nicht so Drucken Drucken Ach, ducken Ich muss mich ducken, um die Heize machen Oh Gott Ja, machen wir gleich Ich muss mich ducken Warum dreht er die denn nicht aufrecht? So Also noch haben wir Zeug genug, dass wir das hier alles heil kriegen Stellt euch mal vor Ich hätte den ganzen Kram alles mitgenommen Ich werde mich ducken und dann Ach, das ist Bückware Ach so Okay Das ist Bückware Ich bück mich Zum Pilze pflücken bin ich zu alt Das ist alles heil Das ist alles heil Heil Nur die Schreibmaschine Und es ist nix dreckig Oh, darunter Ich sehe es Ähm Dreckig habe ich jetzt gerade nichts gesehen Also dürfte ich Das so hinkriegen Echt jetzt mal Hätte auch die Maschine drehen können Also wirklich So Nimm mal mit hier Den Kram Bückware hält sich länger Da, 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 da Da, da Also bei diesen hätte ich jetzt gedacht, dass das Puzzleteile sind Aber das sind ja gar nicht Das sind extra solche Dinger, ne? Okay Ich wollte gerade sagen Eine E-Mail brauchen wir hier nicht schicken Aber wir gehen schlafen Mit Trauer im Herzen Weil wir heute kein Klopapier mitgebracht haben Aber wir haben ja Wir haben ja Oh Gott On Finders Bitware Also Das wird mir jetzt bei YouTube wieder um die Ohren fliegen Natürlich wird es mir um die Ohren fliegen Äh Ja Was soll ich tun, was soll ich machen So Ich würde das Geld trotzdem noch behalten wollen Und gleich nochmal losziehen Wir haben jetzt noch das Bi-Be-Event Das Bi-Be-Event Das ist doch das, oder? Ich hoffe Wir kaufen zwei Benzin Komm schon Ach, da können wir Hä? Moment, 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 Moment Da waren wir schon Nein, warte mal Ich will das nicht Nein, da waren wir schon, oder? Das war doch das von eben gerade, oder nicht? Ach, komm her Alles derselbe Ort Das ist aber ein anderer Bieterkrieg Aber derselbe Ort Okay Oh, weia So, was haben wir diesmal? Das Boot Okay Wir haben das Boot Ich schätze mal Die Mülltonnen brauchen wir auch nicht zu durchsuchen Das wird jetzt alles leer sein, ne? Wahrscheinlich, ja Wir machen es nochmal auf Ja, ist egal Die Tische sind leer Okay Ähm Komm, wir quatschen hier nicht lange Geh, 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 geh Ja, ja, ja Ah, da ist der Biber. Okay. Okay. So, dann fangen wir mal an. Wir fangen, glaube ich, hinten an. Das ist jetzt wurscht. Ist auch wurscht. Wir fangen hier hinten an. Zack. Okay. Mit 1100 waren wir dabei. Das wird eine Verkaufssession, das sage ich euch, vom allerallerfeinsten. Da werden wir richtig, richtig natzen. So, du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Ich glaube, ich muss das Hämmerchen rausholen, ob ich will oder nicht. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viele gibt es denn davon? Ja, im Himmel. Du kommst mit. Oh, ich höre was. Ich höre was. Hört ihr auch? Oh, jetzt höre ich tatsächlich was. Haben wir hier noch was drin? Oh ja, da war noch was drin. Der Rest ist alles irgendwie nicht so gut. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ich habe es gehört. Ich habe es wirklich gehört. Nimm das doch mit hier. Hier hinterher höre ich was. Auf jeden Fall höre ich hier irgendwas. Und ich habe alles kaputt gemacht, dass ich hier nicht hochkomme, ne? Natürlich. War ja klar. Nein, ach Mann. Ja, wir müssen gucken, dass wir da jetzt nachher hochkommen, irgendwie. Ich bin der Meinung, dass ich da irgendwas gehört habe. So, wir holen mal unser Hühnchen raus. Da ist kalt, okay. Da ist auf jeden Fall, muss da irgendwo was sein. Definitiv. Ich habe es gehört. Die vorigen Kisten sind noch da. Die vorigen Kisten da hinten. Warte mal, aber ich weiß nur nicht, wie ich da hochkommen soll. Warte mal. Konstellationen. Mutti will es wissen. Will da oben drauf langlaufen. Kriege ich das hin? Oh, Entschuldigung. Will ich hier drauf, Herr im Himmel? Nein, nicht umkippen, nicht umkippen. Ach Mann. Ich hasse das, ne? Ich hasse das wie die Pest. Wenn ich irgendwas machen will und das nicht so klappt. Kann man das hier auf die Mülltonne stellen, ja oder nein? Ach, komm schon. Lass das doch. Okay, warte. Machen wir das so. Steht der? Ja, der steht. Nein, nicht anheben. Lass los, lass los. Einfach loslassen. Komm schon, auf die olle Tonne kommen wir rauf, irgendwie. Irgendwie kommen wir auf die Tonne rauf. Ich weiß das. Komm. Äh, bin ich geduckt? Ja, ich bin geduckt, auch nicht schlecht. So. Ja. Ich will hier rauf. Ja, im Himmel. Kann doch nicht wahr sein. Ich will hier rauf. Ich will hier rauf. Ich will hier rauf. Ja, dann nicht. Ja. Not macht erfinderisch. Hopp. Hopp. Ich kann hier nicht rauf. Er lässt mich nicht rauf. Das ist doch ein Ding. Das Dach ist wohl tabu. Das ist tatsächlich tabu. Okay. Aber die hintere Garage haben wir schon. Ich habe es wenigstens probiert. Ich weiß nicht, wo da was hinter ist, aber ich höre es. Ich höre es auch, oder ist das für euch zu leise? Für euch zu leise, ne? Ich höre auf jeden Fall das Klopapier hier hinter. Auf jeden Fall. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ich habe es, glaube ich, zu leise. Das ist, glaube ich, zu leise. Ja, ja. Äh, Options. Äh, äh, Ton. Ich mache mal ganz laut. Die Masterlaut. Muss ich es nochmal machen jetzt? Oder hat er es angewendet? Ton. Nein, nein, natürlich nicht. Ich mache mal ganz laut kurz. Einstellungen annehmen. Jetzt hört ihr ja ziemlich laut, ne? Passt mal auf. Wenn ich jetzt hier hinten bin, ne? Hört ihr das? Glaubst du es? Welche Lautstärke muss ich denn da machen? Lautstärke, Lautstärke. Ich mache mal hier alles Lautstärke hoch. Annehmen. Hört es jetzt? Das Zeichen fürs Klopapier. Jetzt müsst ihr es aber hören. Ja, jetzt. Okay. Aber ich mache jetzt die Masterlautstärke. Oh, hier ist drin. Ich mache die Masterlautstärke jetzt wieder runter. Also, oh. Das ist schlimm. Also, es ist wirklich dort. Es ist wirklich, wirklich dort, ne?